Hallo meine Lieben und herzlichst Willkommen zurück zu Medieval 2 Total War In der letzten Folge haben wir uns Rom in einer langen und der wilden Schlacht wir haben keinen Streit mit euch und wir haben einiges an Verlusten einstecken müssen ich kann euch nur empfehlen, guckt euch die Folge an, es lohnt sich der Wind hat uns im Stich gelassen wir segeln morgen weiter Ja Kaiser Gut, jetzt was haben wir geplant für die nächsten Folgen wir wollen Mailand auf die Fresse hauen Mailand pisst mich an, deswegen hauen wir Mailand auf die Fresse Gut, wir brauchen aber erstmal mehr Verstärkungen wir brauchen dass man Holg wir holen uns jetzt noch ein paar Parese am Brustschützen Feudalritter von Palermo aus Rajusa braucht nichts kommen wir lassen einfach alles mal so stehen das stimmt das stimmt alles so Weg hier ihr seid nicht mein Kaiser Kaiser gut wir entspenden mal eine größere Einheit um diese Rebellen zu fangen und zu vernichten das machen wir jetzt aber nur schnell schnell das machen wir jetzt aber nur schnell schnell das Reich ist siegreich und da ich brauche es auch nicht so unbewacht lassen will Dänemark in Polen gerade hier die Dänen die Pissen uns ein wir können nochmal die gucken die Dänen die Ungarn die Mauren und die Mailänder die sind nicht so ganz nett zu uns die Franzosen sind unsere Verbündeten mit den Papststaaten sind wir eigentlich wieder relativ und am 5 Zeichen relativ cool wir haben aber noch zu viele feindliche Kardinäle deswegen Papst nach unseren Wünschen absetzen funktioniert noch nicht so ganz ja die Mongolen rennen ja auch schon rum das ist nicht so toll mach halt bin zu diensten in Ordnung hier unten recht wir verlieren ein bisschen Geld von Mini-Mitglied ok die großen Mauern wurden repariert wir haben viel aus gebildet gut das passt alles was machst du wollte ich doch gar nicht machen gut ihr rückt einfach mal nach los zueinander und jetzt schlage das Lager auf sein eine mächtige Armee wir wollen uns noch mal ein Ambrus schützen so jetzt ist die Armee voll jetzt kommen wir richtig fett anfangen den Mailern aus dem Maul zu hauen gut in Rom das passt soweit alles hier ist die große Kathedrale möchte ich gern in Bolgona unsere Hauptstadt bauen deswegen rum wird es später zur Hauptstadt deklariert ab arg viele Priester haben wir hier unten nicht mehr ja 98 und 100 Prozent katholisch er wird morgen ein Toter Mann sein ja immer zu den Mauren ich rede mit den Ausländern oder gehen wir mal zu den Mauren dafür dass sie und die uns mit uns ersucht wir zahlen euch tausend gulden und nimmt alle greifen so wird der Sultan das Angebot nicht annehmen das ist auch für mein Volk etwas auch für mein Volk versuchen wir es mal genug davon für heute okay Peace out Junge dann müssen wir zur Hauptstadt ich fahre morgen fort okay hier Timbuktu das finde ich immer noch lustig doch etwas verschnupft wie ihr hört ja Kaiser dort können wir nicht hinsegeln Kaiser dieser Hafen ist blockiert Kaiser die Meilen da die kriegen jetzt aufs Maul wir könnten eine zweite Armee senden was wir eigentlich auch vor hatten aufs Schiff das dauert ebenfalls seine drei Runden erbruchte Runden und ansonsten sehe ich momentan keinerlei Probleme an unseren Grenzen lasst uns zu schlagen Kaiser ins Tauros zurück nach Volgona schlage das Lager auf die Byzantiner die mit uns verbündet sind halten sich auch bedeckt mehr oder weniger die streiten sich gerade eher mit den Türken rum die Russen die sind auch relativ friedlich drauf die Ungarn die sind feindlich drauf aber halten sich im Moment auch zurück also können wir die Runde getroscht beenden so Entschuldigung gerade Nase geputzt was wollen denn die Franzosen Byzantiner blockiert schon wieder Algier annehmen er muss es nicht großartig viel passiert das Leben ja Kaiser Abbrücken wir halten hier an wir müssen die John einnehmen auf der muss eingenommen werden Eure Befehle Kaiser 3 Runden 3 Runden dort doch noch 3 Runden mein Kaiser naja egal gut in der Möste und dann machen Schaummann Bommersprinthe normale Kapelle im Genua werden große Steinmauern langsamer nötig Mailand mal die Ballista Türme einfach mit uns haben gut bei Wunder funktioniert soweit man hat halt die Schnauze jetzt gut man weiß man noch ok Schützenplatz Schützenplatz keine Lerner Katapultmacher Schmid Flasterstraße und dann war es das auch erst mal Anbauprojekten in Innsbruck Innsbruck ist ja nicht mal richtig ausgebaut am baldischen ist bisher Palermo ausgebaut jetzt kommt erst mal Upgrade so greift an oder lass mich in Ruhe oh nein wir brauchen dreimal noch die Samuels Schützen dreimal gepanzerte Sargents dreimal Feuerwehr dritte diese Arschgeigen mein doch jetzt nirgends auf dem Mann hat Hafen zu blockieren wir haben zu greifen wir segeln morgen weiter ja Kaiser ok gut runde wenden wir können von Glück reden dass wir euch überhaupt empfangen Ungläubiger Handel zu Recht Karteninfo eine einmalige Zahlung von 1500 Gulden Karteninfo lass mal stecken dann bieten wir gar nichts mehr an wenn er kommt dann schlagen wir ihn und dann blockiert Tunis England wurde exkommuniziert das heißt wir könnten wenn's doof läuft können wir einen Kreuzzug auf England starten aber jetzt gehen wir erstmal in Mailand und aufs Maul ja nun sind sie verloren Kaiser wir sind bereit zum Kampf ja Lotte bereit ja mein Kaiser greifen an ein Sieg für das Reich ja Kaiser die Verfolgung wird nicht aufgenommen ja Kaiser heute kommen wir nicht weiter Kaiser jawohl schmeißt es auf der anderen Seite raus wir haben sie direkt belagern beziehungsweise jetzt wo der Stand der Dinge so niedrig ist direkt attackieren weil wir haben ja die Tributen mitgenommen gut gut dann war die Ausbildung Palermo zwar nicht nötig aber auch nicht unnötig weil Armee kann man immer brauchen Metz gehört Franzosen Paris Paris muss eingenommen werden Bordeaux Toulouse gut dann würde ich sagen holen wir uns hier oder holen wir uns aus der nächsten Stadt gut äh wir holen uns einfach aus Bern zwei, drei, vier, fünf sechs Sergeant Sperrträger der Rest wird natürlich fortgebildet Frankreich was willst du Frankreich was willst du Nein der Feindenkräfte uns an Nein nein Mann ja okay und der Händler wird geschützt übernommen ja 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 die Franzosen würde diese Wundesöhne von ja ist mir egal ja ja langweilig 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 wenn wir jetzt exkommuniziert ja ist immer aber das ist mir auch Jacke wie Hose los Angriff das war der Untergang der Feinde des Reiches Kaiser los Befehle Kaiser Angriff jawohl nähern uns den Feinden des Reiches rum für das Reich holen wir uns den Papst einfach weil wir es können der exkommuniziert uns wir legen ihn um ist zwar nicht ganz so wie es in der Geschichte wirklich war aber das macht ja nichts warum drücke ich auf Warten wir warten es noch mal bis der Nebel weg ist vollgas 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 je schneller dieser hoch kommt desto besser am besten behaltet euch mit dem Reichweite kommen ja verarschen ich mich mir geht es nicht vollgas auf ein 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 so so da steht er Schleunig wird das mal Männer verarscht mich doch nicht 15 und halbe Munition weg jetzt war es das zu lenken mit ihren Lebenspunkten 9 8 7 6 4 5 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 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 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 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 7 8 8 9 9 12